Das ist der grösste Packer hier in der Schweiz. Man hat einfach Freude, wenn man am Morgen kommt und einen Händenlauf. Man sieht, ja. Der Packer ist für mich eine zweite Frau. Dann muss man ihn so gut behandeln, wie eine Frau. Aber ich meine, es kommt nicht auf die Grösse darauf ab.